hallo und willkommen bei bildner tv ja microsoft excel bietet euch ja in seiner neuesten version einige funktionen an mit denen ihr wie mit matrix funktionen bereiche berechnen könnt und die ergebnisse sind dynamisch das heißt die können sich über mehrere tabellen zeilen und tabellenspalten erstrecken was aber wenn ihr jetzt mit diesen rechnen wollt gibt es da auch möglichkeiten dass sich das dynamisch anpasst natürlich hat microsoft daran gedacht dafür gibt es einen neuen operator sprich ein neues zeichen das ihr verwenden könnt und das ist ganz einfach das nummernzeichen oder auch für viele als hashtag bekannt und wie ihr das anwendet wie es funktioniert das schauen wir uns jetzt an hallo und mich freut es dass ihr wieder bei uns reinschaut hier bei bildner tv einem kanal für praktische tipps zum digitalen leben ich bin der andy und wir schauen uns heute mal wieder was aus der großen großen microsoft excel grabelkiste an und zwar was relativ aktuelles nämlich das was ich euch heute zeige das funktioniert nur in den versionen microsoft excel aus office 20 21 oder aus microsoft 365 alle älteren versionen da funktioniert das ganze noch nicht oder wird auch nicht funktionieren und was geht es geht um die neuen funktionen die mir angeboten werden ja die matrix funktionen mit denen ich dynamisch bereiche berechnen kann bevor ich jetzt hier lang theoretisch erkläre schauen wir uns einfach mal an ich habe jetzt hier einfach mal eine liste mit vielen kunden und auftragsdatum aus welchem land die sind und preise und menge und ja auch sehr viele daten und jetzt kann ich mir jetzt zum beispiel mit einer solchen funktion einfach hier die ganzen länder auflisten lassen und zwar die habe ich schon mal in einem anderen video gezeigt die nennt sich eindeutig das erkläre ich jetzt auch nicht näher also die funktion eindeutig schaut euch das video dazu anders verlinke ich euch oben und das verlangt jetzt von uns eine matrix und ich möchte einfach wissen wie viele länder habe ich oder welche länder habe ich dann markiert den ganzen bereichen mit den ländern und sagt jetzt ja ich möchte eindeutige zellen zurückgeben also falsch und der nächste punkt ich will jedes unterschiedliche element zurückgeben oder nur die elemente die exakt einmal vorkommen das habe ich nicht jedes land kommt ja öfter vor also ich will jedes unterschiedliche element also auch wieder dieses falsch so sieht die funktion aus und was die mir jetzt als ergebnis ausspuckt sind es gleich mehrere zeilen und wenn ich jetzt enter drücke dann seht ihr liefert er mir hier italien österreich deutschland schweiz das sind die länder die hier sind und das ganze passt sich dynamisch an wenn ich jetzt hier zum beispiel irgendwo noch ein land dazu schreibe jetzt gehe ich einfach mal her und schreibt hier irgendwo einfach mal noch frankreich rein bestätige mit enter und ihr seht zack kommt hier auf meiner rechten liste des frankreich schon mit dazu und jetzt haben wir hier genau das problem diese liste die kann mal länger sein und mal kürzer was ist wenn ich jetzt mit der rechnen will wenn ich hier zum beispiel die anzahl berechnen möchte oder wenn ich jetzt hier zum beispiel die gesamtsummen habe wenn ich da einfach ja die summe ausrechnen möchte solche dinge wie kann ich sagen dass sich das immer anpasst und da kommt ein zeichen ins spiel dass ihr schon kennt und zwar das nummern symbol ja viele sagen dazu auch raute oder heute wird eigentlich dazu hashtag dazu gesagt das zeichen für den hashtag wie das zeichen aussieht und wo ihr es auf der tastatur findet das blende ich euch jetzt hier einfach mal im bild ein und das ganze nennt sich in excel ein operator ein operator ist zum beispiel plus und minus und das ist gleich zeichen aber zum beispiel die dollar zeichen die wir verwenden also alle zeichen mit denen wir irgendwas definieren oder irgendwas in der funktion regeln können übrigens wenn ihr alles darüber wissen wollt über die weiteren operatoren die es sonst noch so in excel gibt und wir die anwendet dann werft dazu einen blick in unser buch excel 2021 stufe 2 aufbauwissen das findet ihr wie immer unter www.bildnerverlag.de ich verlinke es euch auch unter dem video und ihr könnt das buch auch gewinnen nehmt dazu einfach an unserer wöchentlichen gewinnspielziehung teil wie macht ihr das einfach einen kommentar unter einem unserer videos da lassen der gewinner der darf sich ein buch aus unserem verlags programm auswählen ja und sagen ich will jetzt hier mal rechnen und zwar ich will einfach die anzahl wie viele verschiedene länder habe ich ja wie funktioniert das normalerweise ich gehe hier rein und ich zum normalen bisschen näher ran das ist gleich ein bisschen schöner sieht und zwar einfach indem ich jetzt hier ich mache das direkt daneben ist gleich anzahl und zwar die anzahl 2 denn wir wollen ja text zählen klammer auf und wenn ich jetzt hier über den bereich drüber markierte dann passt man auf dann passiert ganz automatisch was normalerweise müsste jetzt hier auftauchen die zwei und ihr seht schon er schreibt das i3 i4 i5 und wenn ich jetzt noch das frankreich dazu nehme dann passiert folgendes er schreibt i2 nummerensymbol das hashtag zeichen ja und das zeigt ihnen dass bei i2 ein bereich beginnt der sich selbstständig anpasst und vergrößert das heißt ihr nehmt jetzt einfach den bereich so weit wie er geht das muss ich gar nicht mal von hand schreiben ihr könnt es von hand schreiben also wenn ich jetzt hier einfach selber i2 und nummerensymbol funktioniert das genauso klammer zu mit enter bestätigen und erzählt mir dass ich hier fünf stück habe und machen wir gleich mal die probe aufs exempel ich füge noch ein land hinzu denn egal wie viele länder ich jetzt habe er muss eigentlich immer die richtige anzahl wählen weil es ja dynamisch ist ja und zwar ich nehme jetzt hier noch mal irgendwo dänemark einfach mit dazu und dann achtet mal drauf wie das hier gleich erscheint und sich die zahl auch gleich in sechs verändern wird und ihr seht wenn ich jetzt hier oben mal meine funktion wähle er hat automatisch den bereich erweitert dank meines nummern zeichens ein punkt auf den ich euch da noch hinweisen möchte wo ihr aufpassen müsst wenn ich hier mal das ganze heraus lösche und das ganze großflächig mache zum beispiel mit der funktion filter auch die habe ich schon mal in einem extra video erklärt und jetzt nehme ich zum beispiel hier gleich so einen ganzen bereich und ich will jetzt zum beispiel nur die sehen deren gesamtwert größer ist als 1000 kammer zu enter dann seht ihr liste der mir die ja auch wieder auf mit datum dass man auch entsprechend formatieren muss ja und hier eben die summen so vorsicht da solltet ihr jetzt den hashtag nicht verwenden das nummern symbol weil das wird sich ja auf diese komplette tabelle auswirken also wenn jetzt summe sagt dann müsst ihr immer in der ersten zelle links oben im eck beginnen hier und da will ich ja nicht meine summe berechnen damit ich will eigentlich nur diesen bereich berechnen und da ist es so da solltet ihr diese tabelle nicht als ganzes mit filter berechnen lassen sondern die spalten einzeln für sich das ist ja auch kein problem nämlich wenn ich jetzt hier diese spalte rein geht nämlich nicht die ganze tabelle sondern ich nehme nur den bereich den ich dann später berechnen will nämlich hier diesen gesamtbereich anstatt der kompletten tabelle und schon habe ich hier sobald ich richtig formatiere meine beträge und da kann ich jetzt wieder ganz normal die summe bilden über diesen bereich unternehmen wir auch wieder das hashtag zeichen her und es wird die richtige summe dynamisch gebildet ja das ist das worauf ihr noch aufpassen solltet habt ihr da noch fragen dazu dann schreibt sie doch bitte in die kommentare wenn ihr unseren kanal unterstützen wollt dann freuen wir uns natürlich über ein abo aber noch mehr über jedes buch dass sie unter www.bildnerverlag.de bestellt und ich freue mich auf das nächste video mit euch dran bleiben bis zum nächsten mal